Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr Blitz schnell euren Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Anorea, ich grüße dich. Du möchtest wissen, ob er jemand hat. Wir betrachten erst mal seine jetzige momentane Situation. Und das zeigt hier dieses Bild. Die Münzen stehen zum Finanzen indirekt auf die berufliche Situation. Das ist ihm sehr wichtig, die Berufung zu leben und die Finanzen zu kümmern. Diese goldenen Taler symbolisieren aber auch Werte und Wertschätzung, auch Selbstwertgefühl. Und da stoßt er an seinen eigenen Grenzen. Nicht nur bei diesem mangelnden Selbstwertgefühl, sondern es ist auch die finanzielle Einschränkungen hier sichtbar. Seinen Gedanken, was beschäftigt ihn zur Zeit, worüber macht er Gedanken, das ist eine rechtliche Lage. Und da braucht er die Entscheidungen oder wartet auf ein Termin und wartet auf Entscheidungen. Hier klärt sich etwas auf. Dieser Bild steht nicht nur um Gericht und um eine rechtliche Lage, sondern diese Waage symbolisiert auch Gleichgewicht, inneren Gleichgewicht, inneren Harmonie oder etwas ausgleichen, vergleichen. Das ist auch ein Thema. Eventuell Partnerschaft, weil das symbolisiert auch diese Waage. Aber dazu muss er noch Entscheidungen treffen, etwas bewölkt ist noch hier. Er ist noch in Unklarheiten, in Unsicherheiten. Er braucht Zeit, bis hier etwas aufklärt. Oder Zeit, bis er mit sich selbst das klärt. In dieser Seite sind seine Kontakte, ob das jetzt kollegial ist oder freundschaftlich oder hat er eine Beziehung, das klären wir. Es ist eine Frau da, wo ihm Kraft gibt und was die Gefühle betrifft, kann sein, dass diese Frau Interesse an ihm hat, aber sie fühlt sich in die Enge, weil von ihm, von seiner Seite aus kommt, keine Bestätigung. Jetzt schauen wir seine Gefühle genauer an. Er fühlt sich niedergeschlagen, er hat Probleme und hat auch Ängste. Diese Drache symbolisiert die Angst und er muss das erst einmal bewältigen. Wie steht er zu dieser Frau? Die Münzen symbolisieren die Finanzen, indirekt die beruflichen Situationen. Mein Gefühl sagt, er kennt diese Frau in Arbeit und diese Frau gibt ihm Kraft und hilft ihm, Entscheidungen zum Treffen. Er wird neu orientieren und diese Frau gibt die Richtung. Das heißt nicht, dass sie zusammen sind oder dass die beiden zusammenkommen, sondern diese Frau gibt ihm Ratschlag, hilft dabei, dass er im Gleichgewicht kommt oder hilft bei Entscheidungen, auch beruflichen Entscheidungen. Immerhin, die Münzen stehen auf Geld und indirekt auf die berufliche Situation und eine Neuorientierung ist hier sichtbar. Oder das Trennen sich ihren Wegen ist auch möglich. Die Zahl 3 bedeutet, dass noch eine andere Person eine Rolle spielt in seinem Leben und diese Einflüsse kommen auch und das kann die Verbindung zu dir sein. Liebe Anuria, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn euch es gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Eure Dendera Susanna Medici Eure Dendera Susanna Medici